Hallo, heute sind wir in der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen. Musik Im Gelsenkirchener Zoom-Erlebniswelt leben vier Blaumaumeerkatzen. Diese Art ist sehr schwer vom Ausstärken bedroht. In Amerika gibt es kaum noch Blaumaumeerkatzen und wir haben einige Blaumaumeerkatzen aus Frankreich bekommen und versuchen wir hier zusammen zu gewöhnen, dass wir dann eventuell auch mal Glück haben, das wir nachzupfen haben. Bis jetzt im letzten Jahr hat das leider nicht geklappt, weil die Pärchen nicht zusammengepasst haben. Und wir haben jetzt zwei Männer, wir sind erwachsen, die versuchen wir mit einem Zweikern zusammen zu gewöhnen, die noch in der Lage ist, dunklere zu bekommen. Wir haben noch hinter den Kulissen unsere Hanne, die lebt schon seit zig Jahren Gelsenkirchen, die ist 29 Jahre alt. Das ist ein sehr hohes Alter für Blaumaumeerkatzen, sie ist aber leider nicht mehr in der Lage Kinder zu bekommen. Generell Primaten sind in Afrika schwer bedroht vom Aussterben. Grund Nummer eins ist natürlich der Lebensraum. Der wird immer weiter beschnitten und eingegrenzt durch Rodung, durch Brandrodung. Dazu kommt noch, dass die Einheimischen die Affen auch essen. Das ist das sogenannte Bushmeat. Was dann bei den Eingeborenen bzw. bei den Einwohnern auf den Marktischen landet, ist natürlich nicht so schön. Und wir versuchen dann eben jetzt in den Zoos die Tierarten zu erhalten. Was natürlich immer schwieriger wird, da waren immer weniger Tierarten. Die sterben natürlich dann mit der Zeit aus, aus Altersgründen, aus Krankheitsgründen. Wie gesagt, wir geben uns sehr viel Mühe hier die Blaumaumeerkatzen weiter zu züchten. Das Problem ist eben nur, man muss eben auch gucken, dass man die Affen zusammen gewöhnt. Die können sich teilweise auch nicht leiden oder die müssen natürlich auch ein Gefühl füreinander bekommen. Und wir haben immer noch Hoffnung, dass wir dann wieder Nachwuchs haben und dass wir dann den Bestand weiter erhalten können. Das ist natürlich ein großes Ziel für alle zoologische Gärten und das versuchen wir jetzt schon seit einigen Zeiten. Es ist bekannt, dass Primaten allgemein sehr intelligent sind. Man hat die früher in den Zoos eigentlich nur zu Schau gestellt. Diese Zeit wird Gott sei Dank lange vorbei. Wir haben natürlich deswegen auch den Auftrag, die Tiere zu beschäftigen. Jetzt nicht nur zu Schaustellen fressen und gesehen werden. Wir machen uns sehr viele Gedanken darüber, die Tiere zu beschäftigen. Mit Spielgeräten, mit Tutorverstecken, was natürlich für Affen, gerade auch für die Blaumaumeerkatzen sehr wichtig ist. Dass sie keine Langeweile bekommen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Affen sich wohler fühlen. Wir haben großzügige Anlagen, die teilweise auch grünt sind. Nicht nur einfache Kachelkäfige. Wir haben sehr viel Platz, wir haben Klettermöglichkeiten. Wie gesagt, wir bieten sehr viel Spielzeug an und versuchen natürlich dadurch auch das Wohlbefinden dieser Affen zu erweitern. Und dass sie uns auch wohlfühlen. Und dass sie uns auch wohlfühlen. Schreibt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht dem Video ein Like zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.